Kontiki, Ein Floß treibt über den Pazifik ist ein Buch des norwegischen Abenteurers und Biologentor Heyerdahl, das 1948 veröffentlicht wurde. Das Buch erzählt die faszinierende und abenteuerliche Geschichte von Heyerdahls mutiger Überfahrt über den Pazifik auf einem handgefertigten Floß. Zu Beginn seiner Erzählung stellt Heyerdahl die Theorie auf, dass die polynesischen Inseln von südamerikanischen Ureinwohnern besiedelt wurden, anstatt von Asiaten, wie es zu dieser Zeit allgemein angenommen wurde. Um seine Theorie zu beweisen entscheidet sich Heyerdahl eine Reise auf einem traditionellen peruanischen Baisaholzfloß namens Kontiki zu unternehmen. Heyerdahl und seine Mannschaft von fünf weiteren Männern bauen das Floß nach alten Überlieferungen und antiken Darstellungen. Sie verwenden ausschließlich prähistorische Materialien und Werkzeuge, um ihre Mission authentisch zu gestalten. Nach monatelanger Vorbereitung brechen sie schließlich im Jahr 1947 von Peru aus in Richtung der 6900 Kilometer entfernten Inseln auf. Die Überfahrt auf den Kontiki stellt die Crew vor viele Herausforderungen. Sie kämpfen mit widrigen Wetterbedingungen, gefährlichen Meerestieren und der ständigen Bedrohung durch den Ozean. Trotz aller Schwierigkeiten gelingt es ihnen jedoch, die polynesischen Inseln nach einer epischen und 101 Tage langen Reise zu erreichen. Die erfolgreiche Ankunft des Kontiki und seiner Besatzung auf den Tuamotu-Inseln erregt weltweites Aufsehen. Heyerdahl wird für seine wagemutige Expedition gefeiert und seine Theorie über die Besiedlung der polynesischen Inseln gewinnt an Glaubwürdigkeit. Kontiki, Einfluss treibt über den Pazifik ist nicht nur ein spannendes Abenteuerbuch. Sondern auch eine Erkundung der menschlichen Entdeckungsfreude und des Mutes, Grenzen zu überschreiten. Es ist ein zeitloses Werk, das den Lesern einen Einblick in die faszinierende Geschichte und Kultur der Polynesier sowie in Heyerdahls faszinierende Theorien bietet.